Hallihallo liebe Leute, willkommen zu einem vielleicht traurigen Video für einige von euch, aber diese einige sind dann glaube ich auch für meinen Kanal recht uninteressant. Und zwar habe ich ja in der letzten Zeit einen regelrechten Durchbruch in YouTube erlebt. Selbst Paluten hat schon mit mir aufgenommen und das Ganze spiegelt sich halt auch wieder in den Kommentaren. Ich habe einfach eine unglaubliche Menge an Aufrufen und damit verbunden Kommentaren und ich kann dem Ganzen nicht mehr antworten. Dementsprechend nehme ich eine Änderung auf meinem Kanal vor und das Ganze sieht wie folgt aus. Ich werde nur noch den Usern antworten, die mindestens 10.000 Abonnenten haben. Das Ganze werde ich auch auf andere Plattformen übertragen, auf Twitter zum Beispiel. Da werde ich nur noch den Leuten antworten, die 5.000 Follower oder mehr haben. Instagram ist scheißegal, wie viele Follower ihr da habt, weil ich Instagram nicht habe. Also tut mir leid für die hübschen Damen und Herren aus Instagram. Und ich hoffe mal, das Ganze ist auch irgendwo verständlich, weil ja, das niedere Fußvolk, das interessiert einen dann auch ab irgendeinem gewissen Größegrad einfach nicht mehr. Und man muss halt alles rauswerfen, was keine Miete zahlt. Und deswegen ab jetzt, wenn ihr mit mir reden wollt, dann bitte eine gewisse Reichweite mitbringen. Und wie gesagt, auf YouTube wären das die 10.000 Abonnenten. Twitter, wie gesagt, 5.000 Follower. Vielen lieben Dank für euer Verständnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!